Oh Bro, nein! Oh ne! Ja! Oh! Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Wir schauen uns heute eines der besten Videos auf ganz YouTube an, möchte man meinen. Allegedly. Ich bin sogar hingegangen, habe diesem Jungen 100 Euro in den Axt gesteckt, damit ich weiterhin Content von ihm ziehen kann. Grüße geht raus an dich, hungriger Hugo. Wenn ich es damit jetzt nicht ins Intro geschafft habe, bin ich sowas von raus und ich ziehe meine Mitgliedschaft auf jeden Fall zurück. Ich habe heute wieder mal jemanden dabei, der tatsächlich eigentlich mehr, also nicht mehr zu bieten hat als der lustige Lacher. Wifade, was geht? Yo, was geht? Wir schauen uns heute das Video Pokémon-Profis an, meine Freunde. Wir machen eine kleine Licht-Lachen-Change. Und Lukas, diesmal ziehen wir eiskalt durch. Es wird am Ende von meinem Cutter zusammengerechnet und wir schreiben einen Kommentar, wer gewonnen hat. 50 Euro pro Lacher. Und es wird aus. Warte, 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 warte. Mein Cutter macht die Punkte, der ist nicht, und ich betone hier nochmal ganz klar, nicht irgendwie parteiisch, okay? Und vor allen Dingen wird am Ende ja sowieso gegengerechnet, also wahrscheinlich wird es in Nullsummen spielen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir können uns das Video reincheckt auf jeden Fall, hungriger Hugo. Und der Weifers, ich würde sagen, let's go, auf geht's. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Wehe, ich bin nicht drin. Ich habe es nicht geschafft. Agana. Ich habe es nicht ins Intro, ich habe es nicht ins Intro. Dafür habe ich 100 Euro bezahlt. Digga, hungriger Hugo, raus. Machst du mir bitte zwei Spiegelei und Noragensaft? Ja. Digga, das ist durch, ich habe es gesehen. Das ist ein Live-Goals, Digga, Real Talk. Bro, ich weiß nicht, Alter. Wie muss diese arme Frau sich da fühlen? Einfach zuhören, Hakan, Rula. Nee, ich bin nicht. Oh, yeah. Alter, was bin ich denn schnell? Das ist mir auch schon. Mit Kevin passiert, als er sich ein Getränk nehmen wollte, hat er mir auszusehen einen R... Sorry, Digga. Was machst du denn? Sorry, Digga. Ist auszusehen. Ich gehe mit Astro auf Toilette, Digga. Aha, wer ist das? Achso, das Headset. Ich war so lange am Pressen, meine Beine waren so eingeschlafen. Ich bin aufgestanden und wahrscheinlich bei fast jedem von euch ist die Toilette direkt neben der Wanne. Digga, ich bin in die Wanne reingeflogen. Alright, Bro, Carsten. Also weißgoldene D-Dates... Obdachloser... Digga, Junge. Die Uhren in Weißgold von der Marke Rolex sind jetzt nicht so beliebt. Welcher Jahrgang bist du? 97. Du? 94. Du? 97. Du? Ich kann es dir nicht mehr anders vorstellen, Bro. Es hat sich, obwohl ich Evi Candy getroffen habe, irgendwie habe ich mit ihnen trotzdem eine stabile, freundschaftliche, starke Bindung. Weißt du, bei ihnen ist so, das sind so andere Vibes. Ich habe manchmal auch richtig diepe Talks mit ihnen und so. Und ich wette sogar, dass eine Mimi und Carina mehr Kontakt zueinander haben. Safe, ich sag safe. Als ich zu einem Apo Red, wo sind wir denn bitte befreundet? Oh, 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 Bro, nein, oh, nee, oh, nein, Apo, Digga. Kommt, Mann. Einfach irre. Oh, geil, 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 geil. Ja, ich liebe die Jungs-WG. Ich liebe die Jungs-WG. Sorry, Leute, im Stream gleich schauen wir jetzt auch die Jungs-WG an. Das wird super. Jetzt. Das war so schlimm. Shit. Digga, das war wirklich, also, Bro. Das hat dich auch so ein Schlag. Der hat so seine Hand geschafft. Der hat es bei keinem geschafft. Der hält hier einfach auf, und es wird er Geld empfangen. Nee, der kleine Steinle. Junge, wieso bin ich eigentlich bei Max im Discord immer so leise? Was soll die Scheiße? Schreinwegs, lass das. Hier sind die Eier. Das sind, das ist, das ist, das ist, Boah, Digga. Hungrier Hugo, halt dich zurück mit der Copyright-Musik, verdammte Scheiße, Mann. Ehrenbruder, Kylo, hat heute Geld. Das sieht aus wie Face-Tracking, oder? Warte mal, lass mal laufen. Wir können jetzt irgendeine Armee ausdenken. Welche wollen wir nehmen? Die Erdwurst-Armee. Erdwurst-Armee, der erste Rüge. Das war's. Oh, Junge, Alter. Digga. Digga, das übelst ist halt so. Junge, wie dumm. Wie dumm einfach nur. Double piece. Hier ist wieder Tanzeboot. Gegen 20 Uhr startet er seinen Kreuzzug gegen die Blitzer. Oh, Bro. Das wollte ich immer sein. No joke. Weißt du, wie oft ich überlegt hab? Oh, geil. Dann drei. Oh, geil, geil, geil. Bis in ganz Gernsheim kein Blitzer mehr steht. So geil. Das mutmaßliche Tatwerkzeug. Ein Traktor ähnlich wie dieser hier. Digga, irgendwie so ein Abba mit seinem Trecker. Damit fährt der Täter die massiven Säulen an, bis sie abbrechen oder komplett umfallen. Geil, geil. Pokémon hat es zu bedienen. Wir müssen zu den Scheiße angehen. Digga. Kevin. Kevin. Auf deinem Arzt hat man Eier getroffen. Sinan, Bro. Hau. Ach, Junge, Alter. Dieser Typ, dieser Typ klaut ein Mädchen, Bro. Nicht, dass ich dir jetzt einen Antrag machen würde, aber willst du mich irgendwann heiraten? Und ich sag euch ganz ehrlich, wenn wir mehrere Jahre zusammen sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie die Frau meiner Kinder wird. Was? Äh, was? Siemex? Ach, morgen wieder vordern wir beim Sohn spielen. Hör auf, hör genau zu. Hör auf, hör auf. Das ist unangenehm. Die sind ja alle nüchtern. Bei der Party wäre ich auch gern dabei gewesen. Die sind ja alle nüchtern. Oh, nein. Ja. Ach so, nein, jetzt. Wenn ich so alt gewinnen wäre wie die. Wenn ich so alt gewinnen wäre wie die. Ja, du bist 28. Ja, Bro. Ich mein. Okay, zeig mal. Oh, Junge, Alter. Steve. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Digger. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was? Was? Das denn einfach, Digger? Oh, mein Gott. Monte auf Malta Cosplay Pro. Mit der Kamera. Das denn, warum? Kevin war an unserer Schule der größte F*** Boy. Ich stehe bis heute noch auf dich. Weißt du noch, als du es mir auf der Klassenfahrt gemacht hast? Dieses Gefühl der Befriedigung habe ich nie vergessen. Er tut mir was aus der ehemaligen... Die ist richtig schlecht, Mann. Schmutz, Schmutz. Das ist richtig schlecht. Richtig mies, das ist schlecht. Das war einer meiner Lieblings-Openings. Der hat die Karte mit Respekt behandelt. Dieser Stream, ich habe in den reingezogen. Ach, Bruder. So, Mann. Das macht keinen Spaß mit dem. So, oh. Beauty, die finde ich auch geil, Digger. Die ist neun. Oh, hey. Nein, komm ich nicht. Du steifst aber richtig eng an den Karten dran. Oh, mein Gott. Ich habe in die Karten reingeschnitten. Was ist das denn hier Schönes? Das ist diese Show von Klassi, ne? Jens. Jens. Geil bist du. Zehn. Zehn. Das ist ein neuer Rekord. Keiner Rekord. Das ist ein neuer Rekord. Sechzehn. Wie bitte? Sechzehn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Womit redest du mit mir? Redest du über einen USB-Stick? Okay, was? Hälfte im Einkommensteuer. Was? Im Monat 12k. Smatsch. Was? Was? Sehr gut. Und du bist das Gewicht drauf, kannst du selber draufgeben, dass ich da irgendwas an der Pflaume jetzt quetsche. Jede schlechte Phase, die du hast in deinem Leben, ist augenscheinlich erst mal schlecht. Okay. Das ist ne schlechte Phase. Ja. Danke, Mann. Ey. Ja, Digga, man lernt ja auch noch was, Bro. Oh, da ist er. Mein Lieblingsparfum mit einem Mensch. Boah, alter Schwede, sieht die geil aus. Die ist so geil. Anzugträger verarscht, Hinterwäldler. Oh, komm hier. Für dieses Spiel haben. Ja. 18 ist okay. Machen wir 19 und gut. Okay. Was? 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 Okay, Leute. Hier ist einmal der Endpunktstand. Lukas, du schuldest mir, glaube ich. So viel Euro der ganze Dingbiss ist... Der ganze Endpunktstand ist natürlich Oma's Top-Kommentar angepinnt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, checkt das auf jeden Fall gerne mal bei Hungry Hugo aus. Ich bin heute auch live auf Twitch. Lasst ein Däubchen nach oben da. Jungs, WG am Start. Und ein bisschen Rust. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Tschüss.